Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. So, heute geht es um beliebig lange Nachrichten. Ich möchte euch heute vorstellen bzw. erklären, warum Nachrichten nicht irgendeine feste Länge haben sollten bzw. warum diese Länge nicht öffentlich werden darf. Und zwar schaut euch einfach mal das folgende Beispiel an. Jemand möchte mit einem Server kommunizieren und der Server gibt zurück, wie viel Gehalt er verdient hat. Denkt nur an eine Bank oder sowas, die öffentlich irgendwelche, also verschlüsselt natürlich, irgendwelche Sachen zurückgibt wie so und so viel Einkommen im Monat, keine Ahnung, März oder sowas. Und ja, das wäre natürlich fatal, wenn dann plötzlich hier das hier rauskommen würde. Das sind fünf Stellen oder das hier rauskommen würde. Man sieht zum Beispiel nur diese vier Stellen und man weiß nicht, wie viel war jetzt da tatsächlich drin. Das heißt, man weiß aber trotzdem noch, dass das Gehalt zwischen 0 bzw. eigentlich sogar 1.000 und 9.999 ist. Während wenn man jetzt hier fünf Stellen hat, dann kann man schon sagen, es ist 10.000 oder mehr. Und deswegen ist die Länge der Nachricht so eine Sache. Auch zum Beispiel die Ergebnisse von irgendwelchen Suchanfragen auf irgendwelchen SQL-Datenbanken. Da kann dann eine Liste zurückgegeben werden und diese Liste hat vielleicht mehr Ausgaben, wenn es irgendwie mehr davon gibt, also mehr Ausgabemöglichkeiten, mehr Seiten gefunden wurden auf Google oder sowas. Und daran kann man dann schon schließen, was hat derjenige gerade gesucht. Deswegen ist diese Länge eine ziemlich komplizierte Sache. Deswegen darf man die auch wirklich nicht öffentlich machen. Also vor allem das Gehalt finde ich ein schönes, anschauliches Beispiel. Und ja, wir wollen uns jetzt heute darum kümmern, was macht man dagegen, damit diese Länge nicht öffentlich wird. Denn beim One-Time-Pad muss man ja vorher schon sagen, ich hätte gerne eine Nachricht mit genau dieser Länge. Und die Länge darf sich dann auch nicht mehr ändern. Erster Schritt zur beliebigen Länge ist natürlich, dass wir uns erstmal auf eine feste Länge einigen, aber auf eine andere feste Länge. Und was macht man, wenn man eine Länge verändern möchte von irgendwas? Das heißt, wir haben jetzt hier irgendjemanden, der Gehalt übertragen möchte. So, jetzt haben wir ein vierstelliges Gehalt von mir aus. Und dann sind wir schon ganz gut dabei. Aber es gibt Leute, die haben vielleicht ein sechsstelliges Gehalt oder sieben Stellen in dem Fall. Ja, sieben Stellen in dem Fall. Und wir können aber nicht genau sagen, wie viele Stellen es wirklich jetzt bei jeder Person sind. Es gibt Leute, die haben vielleicht ein siebenstelliges Gehalt. Es gibt Leute, die haben nur dreistellig. Okay, und wir wollen jetzt aber machen, dass die alle unentscheidbar voneinander sind. Was machen wir also? Naja, wir nehmen einfach denjenigen hier, der seine drei Stellen verdient. Das heißt, hier stehen irgendwelche Zahlen. Und wir schreiben jetzt einfach vier Nullen vorne dran. Das macht ja nichts, denn es ist ja egal, was hier vorne jetzt steht. Hauptsache, es steht irgendwas da. Denn es wird ja am Ende eh verschlüsselt mit zum Beispiel dem One-Time-Pad. Aber ich werde euch da noch andere Methoden dafür zeigen, keine Sorge. Also zum Beispiel mit dem One-Time-Pad wird das hier verschlüsselt und am Ende steht irgendwas da. Es kommt jetzt nur darauf an, dass die Länge verschleiert wird. Und das Ganze hier nennt man Padding. Das bedeutet, es wird auf eine feste Länge aufgefüllt mit Nullen. Entweder vorne dran oder häufig macht man das Ganze auch hinten dran. Nur im Fall vom Gehalt dachte ich mir jetzt, macht es vorne dran ein bisschen mehr Sinn. Denn so wird es jetzt aussehen, als hätte der hier vorne jetzt einen Riesengehalt, weil er ja noch vier Nullen hinten dran stehen hat. Aber genau, sowas nennt sich Padding. Und ja, mit diesem Padding kann man schon einiges machen. Das ist auch eine wichtige Sache, die man dann auch später öfters mal braucht. So, warum merkt der Angreifer jetzt nicht, dass wir hier gerade ihm ein paar zusätzliche Stellen untergeschustert haben? Warum merkt er nicht einfach, dass das hier jetzt kompletter Bullshit ist? Und warum kann er das hier nicht von sowas unterscheiden? Also nehmen wir jetzt mal an, diese Stellen hier wären 1, 1, 1 und dann 3 Nuller. So, warum kann er das jetzt nicht unterscheiden von 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0? Naja, das Beispiel ist relativ easy. Wir können ganz einfach sagen, hier oben, wenn ihr euch noch an dieses Wunderbare, ich weiß, ich komme ständig mit diesem Unentscheidbarkeitsspiel hier oben, aber es ist auch einfach wichtig, dass man das komplett verstanden hat. Wir können einfach als Angreifer folgende Anfrage stellen. Und zwar sagen wir, wir hätten gerne als M0 diese erste Zahl hier, diese 1, 1, 1 und dann 4 Nuller. Und als zweite Nachricht hätten wir gerne diese Zahl hier unten, die 4 mal 1 und dann 3 mal 0. So, und mit diesen zwei verschiedenen Zahlen haben wir ja schon dieses Experiment hier gemacht. Wir wissen ja, dass der Angreifer wirklich nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5, habe ich letztes Video gezeigt mit diesem Reduktionsbeweis, dass der Angreifer wirklich nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5, also sprich komplett Raten rausfinden kann, was gerade passiert ist. Und das, obwohl sich diese beiden Nachrichten hier nur in einem einzigen Bit unterscheiden, nämlich in genau dem hier. Hier steht eine 0 und hier steht eine 1. Das heißt, das One-Time-Pad, also jetzt nochmal als Beispiel, aber am Ende auch die ganzen anderen Sachen, werden unentscheidbar sein, wenn ein einziges Bit anders ist. Und das ist das Tolle dran, wir können wirklich als Angreifer nicht rausfinden, ob er jetzt uns nur ein paar Stellen untergeschustert hat oder ob wir wirklich hier eine andere Zahl stehen haben. Also sowas, jemand, der wirklich ein 6- oder 7-stelliges Gehalt dann am Ende hat, ist auch völlig ununterscheidbar von jemandem, der wirklich nur ein 3-stelliges Gehalt hat. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Deswegen ist der Padding auch wirklich wichtig, damit man die Länge verschleiern kann. So, als nächstes geht es darum, wie kann ich ein, ja sowas hier, anders als mit dem One-Time-Pad verschlüsseln. Wir erinnern uns noch, das One-Time-Pad hat den riesigen Nachteil, dass der Schlüssel gleich lang sein muss, wie die eigentliche Nachricht. Und das ist natürlich, vor allem, wenn ich jetzt irgendwie dran denke, irgendwelche Dateien zu übertragen, ist das kompletter Bullshit. Deswegen müssen wir irgendwas finden, was uns den Schlüssel sozusagen aufplustert auf die volle Nachricht. Und da würde man jetzt auch erstmal an Padding denken. Allerdings ist bei einem Schlüssel ganz wichtig, dass der komplett zufällig ist. Deswegen funktioniert hier der Padding nicht. Also bei der Nachricht, alles kein Problem. Das heißt, wir plustern erstmal die Nachricht auf, dass sie auf eine ganz gewisse Stelle kommt, damit wir eine feste Länge haben. Und dann plustern wir den Schlüssel auf, allerdings nicht mit dem Padding, sondern mit was anderem. Das nennt sich Zufallsgeneratoren, beziehungsweise Pseudo-Zufallsgeneratoren. Und ja, um die geht es im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.